Willkommen zur wunderbaren Weihnachtswerkstatt, die fünfte Ausgabe, demzufolge ist heute der 5. Dezember. Wie gestern versprochen geht es heute auf die Schiene und es wird wieder etwas schwerer, weil wir haben ein paar Wagen für euch. Die stammen aus dem Hause Kallold, ihr kennt sie wahrscheinlich aus Transport Pfeffer 1. Es sind die FAALS 150 Wagen. Das sind die schweren Erzwagen mit der Mittelpufferkupplung. Die wurden eben gezogen von Baureihe 151 und 189. Die waren eben mit dieser Mittelpufferkupplung ausgerüstet, weil die Züge bis zu 5.400 Tonnen wogen. Und es gibt diese Wagen einmal in der Peine-Salz-Gitter-Version, die hier gerade vorbeigezogen wird. Und einmal in der DB-Version, wie wir sie hier hinten sehen. Dann gibt es das Ganze natürlich ab 1994 auch noch für die Deutsche Bahn AG. Und ja, ihr könnt ab sofort viel Erz damit transportieren in Transport Pfeffer 2. Wir wünschen euch viel Spaß damit, sehen uns morgen wieder. Da bleiben wir zwar irgendwie auf der Schiene, aber es wird deutlich leichter. Bis dann! Wir wünschen euch viel Spaß damit, sehen uns morgen wieder.